Hallo ihr Lieben, das erste von zwei Kurzvideos, weil ich gar keine Zeit habe, eigentlich gerade Videos zu machen, aber trotzdem zu viele Gedanken im Kopf habe, wie so oft. Das erste Video dreht sich um den Unterschied zwischen richtig-falsch versus passend-nicht-passend. Und es ist auch möglich natürlich zu behaupten, dass das gar kein großer Unterschied sei, weil sich zum Beispiel beide Unterscheidungen sehr stark emotional aufladen lassen. Also auch passend-unpassend im Sinne von wie unpassend. Ja, also es ist ja oft ein emotionaler Nachdruck und der Zustand, in dem jemand ist, der etwas sagt oder schreibt, der den Worten die eigentliche Bedeutung verleiht. Also sozusagen der, wenn wir so wollen, psychologisch-biologische Kontext der Worte gibt den Worten erst ihre eigentliche Bedeutung. Das ist so auf der Linie eines Sprachpragmatismus, der eben die Worte nie für sich betrachtet, sondern immer situativ eingebettet sieht. Und eben auch dann sehr leicht denken kann, dass es passendere und unpassendere Worte gibt, je nach Situation und Kontext. Und eben auch nur so sich sinnvoll überhaupt reden lässt. Nichtsdestoweniger kann man auch behaupten, dass es einen Unterschied gibt zwischen richtig-falsch und unpassend-passend. Und zwei Dinge kommen mir dabei in den Kopf. Das erste ist, mir kommt es vor, dass die Kategorie passend-unpassend sehr viel kompatibler ist mit einem Denken, das offen ist für das Faktum der Evolution. Also dass es sowas gibt wie Evolution, weil sich Evolution leichter denken lässt in den Kategorien passend-unpassend als richtig und falsch. Und das zweite ist, dass mir die Kategorie passend-unpassend anders als die Kategorie richtig-falsch offener dafür zu sein scheint, die Frage nach dem Geltungsbereich zu stellen. Also es kommt mir so vor, dass in der Kategorie passend-unpassend immer schon so ein Stück weit in der Kategorie selbst mit enthalten ist die Frage nach dem Kontext. Ja, also wo ist es passend, wo ist es unpassend? Während die Unterscheidung richtig-falsch zu einer gewissen Entgrenzung ins Allgemeine, also überall Gültige und überzeitlich Gültige hat. Wenn man so etwas plakativ sagen will, könnte man sagen, die Kategorie passend-unpassend ist tendenziell opportunistischer. Und entgegen dem Ruf, den Opportunismus im Allgemeinen genießt, also einen sehr schlechten Ruf, scheint mir Opportunismus etwas in der Hinsicht wünschenswertes zu sein, weil es eine größere Anpassungsfähigkeit, also eine leichtere Änderbarkeit impliziert als eben die Kategorie richtig und falsch. Wenn man sagt so, das ist richtig, das ist falsch, dann heißt es, schwingt immer so ein bisschen mit, immer und überall, jederzeit, während bei passend-unpassend immer schon so ein bisschen mitgedacht wird, hier könnte es passend sein, aber im nächsten Moment oder in einem anderen Ort oder in einer anderen Situation könnte das Gleiche, was eben noch passend war, jetzt unpassend sein. Und insofern scheint mir die Unterscheidung passend-unpassend es uns ein wenig, minimal leichter zu machen, unser Reden, Denken und vor allem Verhalten und Handeln zu verändern zu können. Wenn wir, wenn wir sehr stark auf richtig-falsch-Kategorien zurechnen und das sehr stark aufladen und wir dann möglicherweise Anpassungsbedarf verpassen, der aber dran wäre, also wo Veränderung passend wäre, während Nichtveränderung unpassend ist. Und naja, das ist natürlich beängstigend für all die, und zu denen gehöre ich auch ich selber, die also im Denken Halt suchen, also die sozusagen wollen, dass es Kategorien gibt, die immer und überall richtig sind und dann klammert sich man daran, weil der Fluss des Lebens und der Fluss der Welt einem beängstigend chaotisch erscheint und man eben halt im Denken sucht. Das würde ich also bezeichnen als Idealismus. Und insofern gibt es also einen gewissen Spannungsverhältnis zwischen Menschen, die also eher, sag ich mal, idealistisch gepolt sind, wie gesagt, dazu gehöre ich dazu, das ist alles Selbstkritik, was ich hier fabuliere, und Menschen, die also, sag ich mal, mehr dazu neigen, so go with the flow, mit den Entwicklungen gehen, mit den Veränderungen gehen und gar nicht so sehr an dem hängen, was war und was mal richtig war und was mal passend war, die haben vielleicht damit weniger Probleme. Ja, und insofern gibt es da vielleicht auch Tendenzen zwischen uns eher nach richtig und falsch zu greifen, während andere Menschen vielleicht eh immer schon mehr in der Kategorie passend und passend denken, also sehr viel opportunistischer und sehr viel weniger prinzipiell sind. Also, wer jetzt weiterlesen will, lese vielleicht mal den Aufsatz von Udo Markert, der Abschied vom Prinzipiellen. Ja, irgendwo muss man sich suchen, aber ist findbar. Irgend so ein komischer Philosoph des 20. Jahrhunderts hat mal einen Aufsatz geschrieben, der Abschied vom Prinzipiellen, oder es ist, glaube ich, so ein kleiner Reklamband, ich weiß es nicht mehr, könnte mal weiterlesen, wenn einen solche Fragen überhaupt bewegen und interessieren. Ceterum Censio, Isonomiam, esse Sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Isonomie, dass die Demokratie gelost werden muss, 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 aus prinzipiellen Gründen. So ist es richtig und nicht anders. Lasst es euch gut gehen.